Herzlich Willkommen im Denderas Mallorca Journal. Ich lebe und arbeite auf Mallorca. Hier habe ich mein Beratungsinstitut. Ich möchte gerne Ihnen Bilder zeigen über Mallorca. Diesmal zeige ich Ihnen Port Adriano. Wir sehen diesen Luxusjagdhafen. Es wurde 2012 umgebaut von Industriedesigner Philipp Stark. Hier ist der Hafen mit Strand im Hintergrund. Es ist gerade ein Yachtfest. Und hier treffen internationale Jugendliche bei diesem Fest. Dann ein Blick auf dem weiten Meer. Und hier sind wir im Yachthafen. Ich zeige Bilder. Hier sind Hotels. Hier sind die Yachten im Hintergrund. Hier sind Gastronomie, Geschäfte, Bars. Wieder ein Blick auf den Hafen. Da sind Einkaufsmöglichkeiten, Kunstausstellungen, auch immer wieder Konzerte. Hier sehen wir die Kunstwerke. Es sind viele Gastronomie hier mit schönen Brunnen. Die nächste Brunnen. Immer wieder schöne Pflanzen. Das ist sehr geschmachvoll eingerichtet. Auch Einkaufsmöglichkeiten. Hier wieder ein Blick auf die Geschäfte. Bars. Es ist Mittagzeit. War nicht viel los. War auch sehr heiß. Ein Blick auf den Hafen. Im Hintergrund sind moderne Kunstbilder zum Sehen. Das ist der berühmte Sonnenschirm von Mallorca. Handgefertigt. Die nächste Bar. Blick von oben. Es sind mehrere Etagen. Die Einkaufsmöglichkeiten. Schöne Geschäfte. Und das ist interessant. Das ist ein Swimmingpool für Erwachsene. Mit Champagner-Ball. Dann wieder die Pflanzen. Und mit diesen Bildern möchte ich verabschieden. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Bis zum nächsten Mal. bereins crecки. Sft sch